Und ich werde dir das Rest von Soray selbst hören lassen. Ich denke, ich muss es sein. Herzlich willkommen zurück zu Tales of Zysteria. Du Idiots! Hi, Gramps, ich bin zurück. Wie können Sie ein Mensch in unser Domain bringen? Easy, Gramps. Sie sagten, Sie hörten auch Soray's side of the story? Das ist nur was ich zu tun. Du kennst voll gut die Regen, Soray. Wie können Sie sie so machen? Ich bin sorry, Gramps, aber ich konnte sie einfach nicht einfach da. Ihr Kind ist sicher zu bringen nichts, aber Trouble zu unserem Domain. Aber ich bin ihr Kind, auch, ihr wisst. Ihr seid mit uns, unser Kind. Ihr habt in Sie die Möglichkeit, uns zu verstehen und mit uns zu reden. Normal Menschen haben keine solche Art. Ihr solltet ihr das verstehen, mehr als jemand anderes. Well, it is true. She doesn't appear to have any resonance. But Gramps, this is the first time Soray's ever met a fellow human. Perhaps. But if she can't see or hear the same things we do, she has no business in this realm. Uh... I have raised both of you as my own since you were but babes, all the while doing my best to protect this land. And for that I am grateful. And I did that because the time draws near when you will both serve to protect this shrine, just as all the others have done. Our priority is the peace of Elysia. Any intruders, no matter how harmless, must be cast out. Yes. Then it's time she left. Can we at least give her time to prepare for her departure? Hmph. Just make it quick. Thank you. Gramps. I know, I know, McLeo. He means well. In all things. And that's the very reason why I'm so worried for him. Na gut. Na gut. Wahnsinn. Tja, da müssen wir wohl runter, ne? Geh zu Sorays Haus. Wo ist das denn nun mal? Hier unten irgendwo, ne? Moment mal. Gasthaus. Bereich verlassen. Stadt. Moment mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Das Haus müsste da irgendwo unten sogar sein. Das muss ich mir mal anschauen hier. Also hier hinten kann es auf gar keinen Fall sein. Das müsste da irgendwo unten sein. Das hatte der nämlich in der letzten Episode einmal erwähnt gehabt. Schöner Ort. Schöner Ort. Hallo, ihr da hinten. Na, wie geht's? Gut. Ich hab nämlich Hunger gerade. Während der Aufnahme. Ich glaub, das ist unser Haus. Ne, falsch. Moment mal. Nein, das mit der Truhe. Das ist hier hinten. Das ist unser Haus. Das muss unser Haus sein. Ja. Super. In deinem Zimmer auf das Mädchen warten? Oh, wir müssen ihr wohl die Wahrheit sagen, dass sie gehen und verschwinden soll. Oh, oh. Und ich glaube, Soray hat Gefühle für sie entdeckt. Hey. Hey. Hey, wow. Is this Crest what I think it is? Yep. This is the mark of the Shepherd. I knew it! The Chosen One who communicates with the Seraphim, controlling their incredible powers as if they were his own. The Shepherd. Haha. Sound like your kind of thing? Maybe. I always thought that Mankind's Savior would actually look a bit more imposing. Be silent, Seraph Beast! I shall not. Hmph. Excavated relics aren't play toys. True. She certainly is taking her time. I'll see what's up. Wahnsinn. Was für ein Haus, ne? Also so eine Hütte. Heutzutage gibt's das ja nicht. Heutzutage muss man unbedingt die Playstation 4, Playstation 3, Playstation 2, alle Konsolen, PC und hast nicht gesehen, voll Luxus haben. Und er hat einfach mal nur so eine, ja, so eine recht gemütliche Ecke hier in der Hütte, ne? Wahnsinn. Bücher vor allem. Wer liest denn heutzutage noch Bücher? Ja gut, ich schon, aber immer weniger an Menschen, ne? Immer diese, jeder hat diese digitalisierte Welt wirklich so wahrgenommen, dass sie sich gar nicht mehr Zeit dafür lassen. Gut, aber ich hab jetzt sowieso, ähm, genug geredet. Schöne Hütte, wir gehen raus. Sie muss hier jetzt auch irgendwo sein, da hinten vielleicht. Ah, da wartet sie. Hi. Gut, dann kommen wir mit. Mega lustig. Also da kann man echt, wie soll man bei so einem Menschen ein schlechtes Gewissen haben? Die ist doch voll süß. Erzähl mal, können wir rein? Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde. Gut. Dann wollen wir mal rein. Mal sehen, ob sie etwas Wichtiges zu offenbaren hat. Willkommen in. Hey. Hm? So then, what's your hometown like? Well, I'm from the capital, Ladylake, in the Kingdom of Highland. Ladylake, like in the Legend of the Sacred Blade? You've heard of it? It was in the Celestial Record. The legend says the Lady of the Lake guards the Sacred Blade, and the one who draws it becomes the Shepherd, right? Yes. It was a lively and bustling town, blessed with bountiful water, rich in festivals and fine drink. Wait, was? Well, it used to be. Things must be hard for folks in the world below. Below? The land that lies beneath the mountaintops. I've never left home before. You've always lived here by yourself? Sounds to me like you're the one who's had it rough. Oh, let me help you get ready for your return trip tomorrow. You need anything? Bread, rations, stuff like that? That'd be great. If you have any tools or a sleeping bag, it'd be great too. Gotcha. Well then, first we'll need to do some hunting. I'll be your guide tomorrow. Thank you so much for everything. Good morning. Good morning. Come on! Hurry it up, Mikleo! We ain't got time to mess around! Yeah, I'll leave in a moment. Gramps gave me all kinds of things to take care of. I'm gonna be pretty swamped for a while. Bummer. Well, don't you worry about me at least. So, Ray, Gramps only wants... Yeah, I know. Mikleo! Maybe later. Sure. Sure. Oh man, oh man, oh man. Wir sollen mit ihr jagen gehen. Das kann was werden. Das kann was werden. Was für eine Frau. Unglaublich ruhig und gelassen. Hat keine extra Wünsche. Fragt nicht, wo... Das Spiegel ist. Beziehungsweise, wo der Spiegel ist. Ey, wieso verspreche ich mich jetzt in den... ...letzten Tagen so krass? Das ist ja unglaublich. Na schön. Dann wollen wir mal los. Hallo, liebe Ziegen. Ein Schweini. ать. So that's one, huh? Their Meat is easy to preserve when smoked. Man, super tasty. And the skin has all kinds of uses, too. I almost feel sorry for it. Want to leave? No. My spirit is prepared. Besides, I can't get this sort of experience back home. Hallo, Schweini. Zeig. So läuft's. Und sie hilft uns auch noch. Das war so. Moment mal. Ähm. Wir wissen nicht, wie sie heißen. Das wollte ich jetzt gerade nämlich schauen. Shit. Ach, du heiliger Bim Bam. So. Schweini, Schweini, Schweini. Basti, ein Schweinsteiger. Wo bist du? Ich denke mal da hinten irgendwo, oder? Schade, dass man hier so eine Detektivsicht hat oder sowas. Dass man quasi... Hier, ist doch ein Schwein. Hi. Vollbahn. Gefällt mir. Wie viele noch? Oh, hier ist eine Truhe. Ich liebe Truhen. Truhen sind immer schön. Trank des Lebens. Wunderkur, die den K.O. Eines verbündeten heilt, wenn sie im Kampf angewendet wird. Tränke haben wir so viele mittlerweile. Da hinten leuchtet noch was. Prüfen. Safran. Steigert die Art der Verteidigung um zwei? Ja. Werde ich mir alles noch anschauen. Aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Ich glaube, wir brauchen noch ein Schweinchen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier jagen müssen. Ist auch mal was Neues. So, hier ist nichts mehr, glaube ich. Doch, hier ist ein Schwein. Mega cool. Das gefällt mir. So. Ey, wie viele Schweine sollen wir denn noch killen? Wir haben doch schon genug, oder nicht? Hier ist Monolith. Juhu. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe, die in einer alten Sprache abgefasst sind. Schnelle Schritte. Wenn du mit Leertaste, AD, schnelle Schritte zur Seite machst, kannst du Angriffen von oben und zu Seitenstechenangriff ausweichen. Und zugleich SK wiederherstellen. Cool. Nicht schlecht. So, 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 so. So gefällt es mir. So gefällt es mir. Schöne Atmosphäre. Aber wir müssen doch jetzt irgendwie nochmal mehr Schweine gucken. Respawn die eigentlich? Das wissen wir gar nicht. Haben wir gar nicht geschaut. Doch, die respawnen. Cool. Die respawnen. Genug gejagt. Jagen macht nicht so viel Spaß, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Was ihr sich bestimmt auch dabei denkt. Der Sauray bringt mich hier wieder zum Jagen und so. Zeigt mir wahrscheinlich seine, ja, Kulturaktivitäten. Hier, wie es natürlich hier im Dorf passiert, in Elysia, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Finde ich cool. Und die Musik hat auch was. Hey, wie weit ist es zu Lady Lake? Mal sehen. Ich erwarte ca. 2 oder 3 Tage. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung, dass es so nah war. Aber die Forrest auf der Basse der Mauten ist unglaublich leicht, um sich in verloren zu werden. Das muss die Kraft des Gramps Domain sein. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Ganz kurz M drücken. Gehe zurück zum Sorry House. Das machen wir gerade. Sehr schön. Ich dachte schon, ich habe noch verlaufen. Einmal kurz speichern. Ja, bitte. Komm. Passt schon. Da wollen wir mal rein. Was soll das? Ja. Sarray? Oh, did I wake you? Sorry about that. Du bist sicher in diesem Buch, nicht du? Ich habe es viele Male, seit ich Kindheit habe. Ich will morgen, um die Ruins zu exploreen all über den Welt. Jeder, die die Celestial-Rekord hat, sagt das, und ich bin kein Exception. Aber sadly, jetzt ist nicht der Zeit für einen Jaunt im Weltraum. pour several years now the world has been plunged into a nigh-incomprehensible state of chaos chaos mysterious illnesses incessant storms people bursting into flames there are those that say even the dead have begun to walk the earth again whoa, hang on what are you talking about Nein, ich... Und der Schmerz sind die Regierungen der Regierungen zu verbreiten. Es muss nicht so sein. Kann nichts werden? Wer weiß. Es ist nichts zu halten, aber legends. Das ist warum du... Oh, never mind. I won't ask. I think I'm gonna just hit the hay here myself. Sleep well. Good morning. Good morning! You ready to get to work? We gotta make those rations and bags from the prickle boars we hunted yesterday. You got it. Haha, afraid it isn't exactly super fun, though. Well, let me know when you're ready to start. Ja, da sind wir. Hier gibt's ja eigentlich nichts mehr zu erkunden. Ready? Klaro. Nichts wie los. So, what do you need me to do? Sorry for putting you to work like this. Oh, I'm pretty used to it. With your help, I'll be able to leave tomorrow. Thanks so much. Yeah? Great. Well, better rest up for tomorrow. I ought to let Gramps know. I wish I'd asked her more about the world below. Wahnsinn. Und es wird langsam abends, kann das sein? Der Himmel ändert sich gerade, sehe ich interessanterweise. Schön, schön, schön. Ja, sorry. Ich glaube, sorry hat da wirklich schon Gefühle so für sie entdeckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so gewesen ist, was die Beziehung oder so angeht. Schaut euch das mal hinten an. Die ganzen Wolken und sowas kenne ich gar nicht. Sieht doch ursprünglich ganz anders aus. Hier tut sich was. Ich glaube, etwas mit der Geschichte, wenn wir noch gleich in Erfahrung bringen. Mal sehen, was Opa zu sagen hat. Da sitzt er. Schöne Hütte. Unser weiser Opa. Macht sich wahrscheinlich Linsensuppe oder so. Hey, Gramps. She says she's leaving tomorrow. I see. We'll all be sure to see her off. After all, one must always be hospitable to one's guests. Thanks! I really owe you. Thank you so much. You gonna be okay by yourself? I cannot cause more trouble for you than I already have. I see. You'll be fine. Just follow that map and you'll get through the forest with no problems. Oh, it's not that. I believe you. Alicia. Huh? That's my name. Alicia Difta. Alicia? You didn't even know who I was. And you helped me without asking anything in return. Whereas I thought only of myself. Leaving you without even a name by which to call me. As a knight, I am ashamed. Please find it in your heart to forgive me. It's okay. I must confess something to you. Hm? I know this sounds strange, but I believe that the Seraphim really do exist. The myths and legends that are preserved in the Celestial Record must be more than mere fairy tales. Yeah. This crisis that has befallen our world. I believe only the ones spoken of in the ancient legends can truly restore order. The Shepherd, you mean? You're not going to ridicule me? Everyone back in town does. Of course not. You're a real saint, you know that? The Sacred Blade Festival is soon to commence in Lady Lake. A trial will be held based on the legend of the Shepherd's Sword. A trial I think you might be interested in. Me? Time to go. But please, give it some serious thought when you have the time. How come? The Shepherd I see in my mind when I read the legends. I have to say, he reminds me a lot of you. What's this? Gramps asked me to go out and search the ruins and find some clues about that girl. I've been down there looking. So wait, this is Alicia's? This is the crest of Highland. I don't think this Alicia is any ordinary knight. I know this is difficult for you, but it really is for the best. Gramps? Hmm, someone has infiltrated my domain. Blast and damnation! Hide in your presence are you, crafty bugger? Everyone! Be warned! There is an intruder in our realm! Find them! They've concealed their presence! So chances are good! It's a Hellion! Search with extreme caution! We'll go too. Very well. If it is a Hellion, quick measures must be taken. I'm counting on you. I have a hunch we'll find it around the forest. Good idea! Heiliger Bim Bam. Okay. Offen wir mal ganz kurz die Map. Okay, das ist da hinten in den Ruinen am Mabinogio. Huiuiui, dann nichts wie hin. Nichts wie hin. Was für eine Atmosphäre. Unglaublich, unglaublich, unglaublich aber wahr. Das wird ein riesengroßer Spaß, glaube ich, hier. Ein riesen Spaß. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und wie es dann weitergeht, erfahren wir in der nächsten Episode, würde ich sagen. Hier von Let's Play. Tales of Cisteria. Hier mit Mikleo, unserem guten Kumpan. Meine Güte, meine Güte. Also bei dieser Episode ist ganz schön vieles passiert. Das muss man einfach mal sagen. Das mit Alicia unter anderem habe ich jetzt nicht gedacht. Hübsche junge Dame, aber auch viele, viele, viele Geheimnisse. 체가 Tippic Oper auf die der USA miteinander. Du bist ein guest im thereafter öfter component werden.